Ach ja, weiter geht es hier. Some of a place. Wo haben wir denn da? Da. Haben die Minutemen dich geschickt? Ja. Ja, ich bin hier um zu helfen. Was ist los? Es gibt eine Raidergruppe, die uns einfach nicht in Ruhe lässt. Sie glauben unsere Lebensmittel und unsere Vorräte. Und sie drohen uns, wenn wir ihnen nicht geben können, was sie wollen. Wir wissen, wo sie sich versteckt haben. Aber wir können es nicht mit ihnen aufnehmen. Hyde Park. Da waren wir doch schon mal. Hm. Gut, der Hyde Park dürfte aber kein Problem sein. Ach, ich entsinne mich. Da bin ich, glaube ich, schon mehrmals gestorben. Ach komm schon. Ich muss jetzt laufen. Ich muss jetzt laufen. Guck. Das war ein verlettes Wetter. Ja, da war. Wer geht nicht? Mach' ich schnell. Warte, draußen ist was. What the fuck? Oh, komm schon. Was nehmen wir denn stattdessen mal? Oh, Raffen. Chaos-Gewehr. Oh, geht doch. Was das Chaos-Gewehr nicht packt. Das Chaos-Gewehr muss ich eigentlich zum Scharfschützengewehr umbauen. Das wäre echt imbar. Aber dafür fehlt mir wahrscheinlich das Können. Dafür brauche ich wahrscheinlich wieder einen Waffenfreak. Jetzt benutze ich das Arschloch auch noch Stimpax. Ich fasse es gar nicht. Ich fasse es gar nicht. Ich fasse es gar nicht. Die laufen aber auch jedes Mal ein ganzes Stück hin, nur um so eine komische kleine Scheißfarm zu buffern. Wir machen mal die Silver Shroud Mission weiter. Da müssen wir jetzt ja zwei Leute töten. Einmal ein Bunker Hill und einmal etwas außerhalb davon. Schönen wir uns wieder einmal in der Hohenstelle. Was ist das? Ich fasse es gar nicht. Ich fasse es gar nicht. Ich fasse es gar nicht. Wir fasse es gar nicht. Ich fasse es gar nicht. Es wird schwer sein, Bunker Hill zu überreden, sich den Minutemen anzuschließen. Den Ort könnte man problemlos gegen eine ganze Armee verteidigen. Ich bin so froh, dass ihr alle kommen. Hm. Und Leute, wir haben hier... ...wenn das nicht der Junge hinter dem Kostüm ist. Sie. Das war aber nicht nett, Mr. Shroud, meine Freunde mit deinen Visitenkarten so nervös zu machen. Du hast Sin Chins Lieblingskämpfer umgebracht. Ach nein. Aber jetzt werden wir dein gottverdammtes Herz rausreißen. Das glaub ich nicht. Ich muss da hin. Ach, komm schon. Ach, Mann, Mann, Mann. Das muss doch ja jetzt halt noch reichen. Aber auch da gerade wieder. Das ist nicht mein erstes Feuergefächt. Aber jetzt ist es nur einer. Ja? Ja? Kaboom. Und wie geht's mit deinen Mund? Der Rüstung. Und was passiert nächstes? Wir blocken deinen Mund. Everything got out of the bed... Super! Was ist ein Krokodil, oder was war das? Was? Eröffne das Feuer, kein so zu sorgen. Oh doch, ich habe gerade eine Mini-Nuke gehört. Oh nö, oder? Jetzt haben wir auch für das Ding schon keine Munition mehr. Oh Scheiße, ist drauf. Oh fuck. Oh, wir haben eine Wirbelsäule. Wegen derer Supermutanten Scharfschützer. Oh, hallo! Warte mal, der hat ein Impro-Gewehr dabei. Dafür müsste hier eigentlich genügend Munition haben. Impro-Gewehr kurz, ja, über 900 Schuss. Ich hab keine Ahnung, wer das war. Er ist jetzt tot. Sind Komponente? Ach, wir haben einen Sint getötet. Wir müssen einfach weglaufen. Ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung. So, duhdududu, hier einmal schnell durch. Ach, der nächste kommt, dass wir uns kennenlernen. Leerlelelelelele. Ach ja, unsere Hüfte schießen. Okay, den Aufbau der Kirche kennen wir ja. Ist ja nix mehr. Und so sprach ich zu euch. Auf das der letzte fliehen mag, mein letzter Zuhörer. So, komm, wo ist denn jetzt die Person, die ich töten soll? Na komm. Und er läuft weg, oder wie? Naughty. Naughty-lein, komm mal her. Äh, Kryo-Granate, halt doch mal. Ich fasse es ja gar nicht, er läuft einfach weg. Der ist auch nicht besonders stark. Endstation. Alles aussteigen. Tja, soviel dazu. Irgendwann wird mir der Saft ausgehen. So. Was hat er denn jetzt hier gerade dabei? Hilfsmittel, Schrott, Diverses. Silver Shroud Visitenkarte. Findest du Silver Shroud? Kendra und Hilancy sind tot. Silver Shroud ist dafür verantwortlich. Northy, Sinjin will, dass du weiter rekrutierst. Wir brauchen mehr Leute, nachdem wir uns um das Kostüm gekümmert haben. Und keine Sorge, Kate heuert ein paar Trottel an, die Shroud erledigen werden. Der Boss ist nicht glücklich. Du solltest also besser nicht versagen. Er nimmt sich der Sache persönlich an. Er wird dem coolen Freund von Shroud in Good Neighbor einen ganz besonderen Besuch abstanden. Wenn er das erledigt hat, meldet er sich bei dir. Dann solltest du ihm Ergebnisse präsentieren können. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen, auf nach Good Neighbor. Finde Kent. Hm, Tattoos. Hm, Tattoos. Was macht er denn in der Hülle der Erinnerung? Du bist es. Oh, Sugar. Ich hab Kent immer gesagt, dass dieser Helden Mist euch beide noch ins Grab bringt. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin ja jetzt da. Sag mir, was passiert ist. Es war schrecklich. Ein Dutzend Raider. Sie kamen rein gestürmt und haben Kent mitgenommen. Als sie ihn mitnahmen, haben sie dir eine Botschaft hinterlassen. Hör einfach Kents Radiosender. Sie wird ständig wiederholt. Hm. Hm. Tu's nicht, Shroud. Das ist deine Falle. Rette dich. Ah, ah. Oh, tu es, Shroud. Tu es. Ah, ah, mein Knie. Ah. Was soll ich denn tun? Guten Tag, Shroud. Lass mich nicht warten. Wir haben noch einiges vor. Neuigkeiten von Silver Shroud. Falls ihr es noch nicht wisst, Kendras Schreckensherrschaft ist Geschichte. Sie wird nicht... Für... Für was? Oh Gott, was ist denn jetzt los? Auf die Knie, Drecksack! Was soll das? Ah, ah, ah. Sinjin, alles klar. Das ist also Shrouds Hauptquartier? Dann bist du sicher Silver Shrouds kleiner Freund. Ah. Wenn du deinen Freund lebend wiedersehen willst, Shroud, komm ins Milton General Hospital. Tu's nicht, Shroud. Das ist deine Falle. Rette dich! Ah, ah, oh, tu es, Shroud, tu es! Ah, ah, mein Knie, ah! Tic-Tac, Shroud. Lass mich nicht warten. Wir haben noch einiges vor. Neuigkeiten von Silver Shroud. Falls ihr es noch nicht wisst, Kendras Schreckensherrschaft ist Geschichte. Sie wird nicht... Für... Für... Was? Oh Gott, was ist denn jetzt los? Auf die Knie, Drecksack! Das war aber nicht... Das da unten ist aber nicht die. W-Was soll das? Hm, das muss ich nicht so recht verstehen. Das ist doch eigentlich eine Station. Nicht das... Krankenhaus. Oh, verdammt. Das fängt schon wieder gut an. Oh, verdammt. Das fängt schon wieder gut an. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Das war knapp. Das war knapp. Dann ist das. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Das ist sicher. Oh, verdammt. Die Hände sind weggeflucht. Das war knapp. Das ist sicher. Meine Fresse. Nein. Das ist die einzige Quest, die ich momentan habe. Karte? 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 Weile zu hoch. Nö, nö, nö. Nur Mist. Was? Hier geht's hinten durch? So, so. Scheiße! Hast du verloren! Da hast du wohl jemand gerade in die eigene Mine reingetappt. Zeig dich! Los, wenn du dich traust! Okay. Schadenheckig, das muss ich nicht. Ach, okay. Achtung! Schadenheckig! 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 Achja, was haben wir noch? Vierziger Patronen. Schadenheckig! Hm? Was ist denn? Ich muss aber umzuspassen. Du musst ihm verstecken spielen! Schadenheckig! 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 Du willst gleich verrecken! das war zu schön gewesen es anstatt ein paar weniger mal schauen kriegen wir vielleicht noch Ah, ne. Stumm wäre nur einer. Plasma habe ich mittlerweile wieder ein bisschen mehr. Bumm. Bumm. Oh, ein Kampfgewehr. Ein mächtiges Kamp... Ein mächtiges Kampfgewehr. Schön. Ich bin keine Blechbüchse. Das fühle mich immer sehr persönlich. Tududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududu. Nachhuben! Zweiter Stopp. Wer? Wer? Warte mal. Warum stirbst du nicht endlich? Kein Interesse, danke. Sterben ist nicht so geil, wie man sich das vorstellt, glaube ich. Na dann los! Ich hab's gehört. Ich will auf die Fresse. Hast du nicht verpist, was? Ich hab's gehört. Und dann? Hier ist besser! Vielen Dank.